Autoimmunerkrankungen heilen. Ist es heute möglich? Ja, was sind Autoimmunerkrankungen? Da ist es eigentlich so, dein Körper richtet sich gegen dich selber. Und es gibt so viele verschiedene und so viele Leute sind davon betroffen. Meine persönliche ist Psoriasis. Ich hatte immer Probleme mit Psoriasis. Und ich habe dann überlegt, was kann man tun? Was sind die wichtigsten Punkte, um diese Erkrankung zurückzudrehen? Um Stellschrauben zu drehen, diese Erkrankung wirklich für mich nicht mehr existent in meinem Alltag werden zu lassen. Und heutzutage, und das ist extrem gut, gibt es immer mehr den Schlüssel für das Schloss der Autoimmunerkrankungen. Das heißt, für jede Autoimmunerkrankung, ob es jetzt Psoriasis, MS, Rheuma, eigentlich fast alles, gibt es immer mehr Dinge, die dir helfen, diese Krankheiten zurückzudrängen. Heilen, Stand heute, noch nicht möglich, perspektivisch auf jeden Fall. Und die Dinge, die ich jetzt getan habe und die du dann tun kannst, die werde ich auch immer mehr noch in Videos dann dir zeigen. Wir werden auf jeden Fall auch ein paar unten reinstellen. Weil Autoimmunerkrankungen sind die Dinge, die das Leben bestimmen. Wenn du Schmerzen hast, wenn du dich schlapp fühlst, wenn du einfach nicht deine Hormone, deine Neurotransmitter, deine ganzen Nerven im Griff hast. Und deswegen sei gespannt, was zu Autoimmunerkrankungen noch kommt oder was man tun kann. Und schau dir dann diese Videos an, die ich hier unten drunter gestellt habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.